Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem kleinen aber feinen Streamchen hier auf Simon C. Walter in eurem Internet auf diesem Twitch. Heute machen wir, naja, ich möchte es eigentlich gar nicht Experiment nennen, weil ich habe es schon mal gemacht vor langer, langer Zeit. Allerdings ist das tatsächlich vor so langer Zeit, dass ich zu der Zeit, ich glaube 20 Follower hatte. Und ja, ich weiß, der Vergleich von 20 auf 110 im Vergleich zu irgendwelchen riesigen Kanälen ist jetzt nicht so krass. Aber für mich halt schon. Also für diesen Kanal hat sich seitdem schon einiges getan. Aber jetzt gerade will ich mal wieder ein bisschen experimentieren und möchte so bestimmte Formate, auf die ich Bock habe, einfach nochmal ein bisschen ausprobieren. Oder machen, schauen, ob sie über kurz oder lang eine Zuschauerinnenschaft finden. Also Zuschauer und Zuschauerinnenschaft finden. Und ein Format, was ich schon immer auch stark im Kopf hatte, ist halt, und jetzt kommt es halt unter dem Titel, die literarische Mittagspause, einfache Vorlesestreams zu machen. Und in dem Fall heißt das heute einfach, dass wir uns jetzt von 12.30 Uhr bis, schauen wir mal, 13.30 Uhr, vielleicht auch nur 13.15 Uhr, eine halbe Dreiviertelstunde, das Entspanntes vorlesen wird. Dass aufgrund der überschaubaren Werbung jetzt wahrscheinlich mehr heute nicht die Leute den Stream einrennen werden, ist mir klar. Das passt voll. Das Schöne an so Vorlesestreams ist, dass die nochmal auf eine andere Art und Weise, finde ich, gut archiviert werden können, weil es halt noch viel weniger auf ganz direkte Live-Interaktion ankommt. Und dementsprechend werde ich, was ich ja schon lange nicht mehr gemacht habe, außer bei den Lagerfeuer-Singsang-Streams, schauen, dass ich die Vorlesestreams danach rüber auf YouTube exportieren werde, sodass sie da weiterhin zu finden sind. Wie das genau rechtlich ist, muss ich zugeben, habe ich an der Stelle mir nicht so genau angeschaut, ob das eigentlich okay ist oder nicht. Ja, wird sich ergeben für den Fall, dass irgendwann eine Beschwerde kommt oder so, dann gebe ich es halt weg. Allerdings glaube ich halt nicht so richtig dran. Vor allen Dingen, weil es ja eine Interpretation des Textes ist, der schon da ist. Ich weiß auch nicht genau, wie krass oder unkrass die Verlage da sind. Es ist 12.30 Uhr, von daher springe ich einfach mal rüber, sodass ich auch zu sehen bin. Grüß euch, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr da seid, wahrscheinlich eher nicht. Was habe ich mir vorgenommen für diese halbe, dreiviertel Stunde Vorlesestream ist dieses Buch von Hiromi Kawakami, Herrn Akano und die Frauen. Ich hatte irgendwie verschiedene Bücher für mich selbst in der Auswahl. Ich habe mich jetzt dafür entschieden. Hiromi Kawakami ist, glaube ich, japanische Autorin. Mag ich sehr, sehr gerne, weil sie, ich würde sagen, eine sehr gute Beobachterin ist und sehr, sehr gut, sehr kleine Geschichten erzählen kann an und für sich. Also da wird es manchmal auch ein bisschen überirdisch, da wird es manchmal auch dramatisch, aber immer in einem sehr, sehr kleinen Rahmen, immer sehr, sehr dicht an den Menschen. Es wird nie hochgradig, 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 episch, so rum, wird ein Schuh draus, sehr angenehm. Und vielleicht gerade für sowas wie die literarische Mittagspause genau das Richtige zum Einsteigen. An der Stelle kurzer Disclaimer. Zum einen habe ich sowas wie die Miniclips an der Stelle deaktiviert oder halt zumindest so eingestellt, dass sie, wenn er sie aktiviert, trotzdem nicht im Stream vorkommen. Weil ich glaube, dass die bloß unterbrechen und stören würden, was bei anderen Streams ja durchaus erwünscht ist, mal ein bisschen zu unterbrechen, gar nicht so, weil es da halt weniger stört. Aber ich finde, bei sowas wie einem Vorlesestream darf das weniger sein. Zudem werde ich, es sei denn, dass es irgendwie um technische Sachen geht, nicht direkt und sofort auf den Chat eingehen. Also schreibt gerne, schreibt gerne in den Chat. Ich freue mich auch über jede Person, die da irgendwie reinschreibt. Aber ich werde mich jetzt die nächste halbe, dreiviertel Stunde eher auf den Text und das Lesen konzentrieren, als auf die Chatsachen eingehen. Im Zweifelsfall können wir uns danach noch ein paar Minuten unterhalten. Das geht gut. Aber so viel der Vorrede und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Hiromi Kawakami. Herr Nakano und die Frauen. Dean A4 Und überhaupt, reichen Sie mir mal die Sojasauce. Herr Nakano wandte sich unvermittelt an mich. Ich war etwas verdutzt, obwohl er bei jeder Gelegenheit Und überhaupt, sagte. Wir drei hatten uns zu einem vorgezogenen Mittagessen getroffen. Herr Nakano bestellte ein Menü mit gegrilltem Fleisch und Ingwer, Takeo eins mit gekochtem Fisch und ich nahm einen Curryreis. Das Ingwerfleisch und der gekochte Fisch wurden sofort serviert. Herr Nakano und Takeo griffen nach den Wegwerbstäbchen, die auf dem Tisch bereit standen, brachen sie auseinander und fingen an zu essen. Takeo brummelte wenigstens noch. Ich fange schon mal an. Aber Herr Nakano begann wortlos, sein Essen in sich hineinzuschlingen. Endlich brachte die Bedienung mein Curryreis und als ich den Löffel zur Hand nahm, kam Herr Nakano mit seinem Und überhaupt! Wieso und überhaupt? Was denn überhaupt? fragte ich. Herr Nakano stellte seine Schale mit Reis wieder auf den Tisch. Habe ich überhaupt gesagt? Haben Sie, bestätigte Takeo ungerührt. Habe ich nicht und und überhaupt. Da, schon wieder! Du meine Güte! Herr Nakano kratzte sich übertrieben am Kopf. Ist eben eine Marotte von mir! Komische Marotte! Nachdem ich ihm das Kännchen mit der Sojasoße gereicht hatte, träufelte er etwas davon auf zwei Scheibchen von dem knackig eingelegten Rettich und kaute geräuschvoll. Ich spreche im Kopf zu mir. Ohne es laut zu sagen. Zum Beispiel rede ich zuerst von A, darauf folgt B, dann C und schließlich kommt D. Und wenn ich D dann laut ausspreche, sage ich eben automatisch. Und überhaupt! Aha. Takeo kippte die Soße von seinem Fisch über den restlichen Reis. Takeo und ich arbeiteten beide bei Herrn Nakano. Er betrieb seit 25 Jahren einen Trödelladen in einem Vorort im Westen von Tokio, wo viele Studenten lebten. Ganz früher war er bei einer bekannten Lebensmittelfirma fest angestellt gewesen, hatte die Büroarbeit aber bald satt bekommen und gekündigt. Damals war Aussteigen die große Mode. Aber vielleicht habe ich nicht lange genug in der Firma gearbeitet, um mich einem Aussteiger nennen zu können. Irgendwann hatte ich einfach genug. Eigentlich beschämend. Hatte er mir einmal erzählt, als im Laden nichts los war. Wir handeln nicht mit Antiquitäten, wir handeln mit Trödel, betonte er bei unserem Einstellungsgespräch. Im Schaufenster war ein Zettel in ungelenkter Pinselschrift befestigt gewesen. Suche Aushilfe sprechen Sie zu jeder Zeit vor. Als ich hineinging, um mich nach Einzelheiten zu erkundigen, erklärte der Inhaber, ich solle mich am 1. September um 14 Uhr zu einem Gespräch einfinden. Und seien Sie bitte pünktlich, fügte er hinzu, obwohl auf dem Zettel zu jeder Zeit stand. Er war Spindeldürr, hatte einen Bart und trug eine Strickmütze. Der sonderbare Ladenbesitzer war natürlich kein anderer als Herr Nakano. Von Antiquitäten konnte wirklich keine Rede sein. Der Laden war bis unter die Decke vollgestopft mit Haushaltswaren aller Epochen, angefangen bei den 60er Jahren. Er platzte förmlich aus allen Nähten. Da gab es niedrige japanische Esstischchen, alte Ventilatoren, Klimaanlagen und auch ganz gewöhnliche Teller und Schüsseln. Kurz vor Mittag pflegte Herr Nakano, den Rollladen hochzuziehen und, Zigarette im Mund, zuerst einmal ein paar zu kräftige Waren dekorativ auf einer Holzbank vor dem Laden aufzustellen. Meist war es hübsch gemustertes Geschirr, eine künstlerische kleine Tischlampe, ein Briefbeschwerer in Form einer Schildkröte oder eines Hasens aus falschem Onyx, manchmal auch eine alte Schreibmaschine. Fiel etwas Asche von seiner Zigarette auf die Schildkröte und so weiter, und so weiter fegte er sie unwirsch mit einem Sipfel seiner schwarzen Schürze beiseite. Bis zum frühen Nachmittag blieb er im Laden, danach war ich meistens allein, denn nun tätigten Herr Nakano und Takeo die Ankäufe. Meist rief man ihn zu Haushaltsauflösungen, Entrümpelungen oder Nachlassverkäufen. Herr Nakano übernahm Kleider und Gegenstände, die niemand als Erinnerungsstücke behalten wollte. Für ganze Lastwagenladungen von Trödel zahlte er, je nachdem, ein paar Tausend oder auch bis zu Zehntausend Yen. Die Auftraggeber hatten für gewöhnlich alles Wertvolle aussortiert und ließen den Rest von einem Trödler abholen. Das war immer noch günstiger als der gebührenpflichtige Sperrmüll. Deshalb waren die Kunden meist zufrieden mit dem Geld, das sie noch bekamen, Auch wenn hin und wieder einer meuterte, es sei zu wenig, das wusste ich von Takeo. Takeo war kurz vor mir eingestellt worden, um dem Chef bei Ankäufen zu helfen. Wenn es sich um kleinere Posten handelte, fuhr er auch mal allein los. Aber welchen Betrag soll ich nennen? Fragte er unsicher, als Herr Nakano ihn zum ersten Mal alleine losschickte. Und überhaupt, das peilst du einfach so über den Daumen. Du bist doch immer dabei, wenn ich ein Angebot mache. Einfach über den Daumen peilen. Takeo arbeitete damals seit kaum drei Monaten im Laden. Ich fand, Herr Nakano redete ziemlich leichtfertig daher. Völlig daneben schien er allerdings nicht zu sein, denn der Laden lief ja ganz gut. Takeo machte sich also etwas verstört auf den Weg, aber bei seiner Rückkehr wirkte er wieder ganz normal. Ist ganz gut gelaufen, sagte er. Als Herr Nakano hörte, dass er 3500 Yen geboten hatte, nickte er zufrieden. Als er den Ankauf dann tatsächlich sah, riss er erstaunt die Augen auf. Takeo, da hast du zu wenig bezahlt. Auf Laien ist einfach kein Verlass. Er lachte. Später erzählte mir Takeo, dass sie für einen Krug, der unter dem Gerümpel gewesen war, 300.000 Yen bekommen hatten. Da wir im Laden für so etwas keine Kundschaft hatten, verkauften sie ihn auf einem Antikmarkt vor einem Schrein. Takeos damalige Freundin begleitete ihn angeblich, um zu helfen. Als sie sah, dass der vergammelte alte Krug 300.000 Yen einbrachte, soll sie Takeo gedrängt haben, selbst ins Trödelgeschäft einzusteigen, weil er sich dann eine eigene Wohnung leisten könne. Anscheinend setzte sie ihn ziemlich unter Druck und bald danach trennte er sich von ihr. Ich weiß allerdings nicht, ob das der wahre Grund war. Es kam selten vor, dass wir drei zusammen essen gingen. Herr Nakano war meistens bei Ankäufen und Auktionen oder er nahm Termine mit Kollegen wahr. Takeo fuhr nach Hause, sobald ein Ankauf erledigt war. Diesmal hatte es sich so ergeben, weil wir gemeinsam eine Ausstellung von Herrn Nakanos älterer Schwester Masayo besuchen wollten. Masayo war Mitte 50 und unverheiratet. Die Nakanos waren eine alteingesessene Grundbesitzerfamilie in der Gegend, aber ihr Vermögen ging schon zu Lebzeiten der Eltern zu Neige. Offenbar brachten die Immobilien jedoch noch immer so viel ein, dass Masayo davon leben konnte. Sie ist schließlich Künstlerin, sagte Herr Nakano manchmal etwas spöttisch von seiner Schwester, aber er schien sie sehr gern zu haben. Die Ausstellung fand in einer kleinen Galerie über dem Café Poesie vor dem Bahnhof statt. Masayo zeigte handgearbeitete Puppen, von ihr selbst angefertigt. Kurz bevor ich den Job bei Herrn Nakano bekam, lief eine Ausstellung von ihr mit dem Titel »Die Farben des Waldes«. Die Stoffbahnen, die sie mit Blättern aus dem noch am Stadtrand verbliebenen Wald gefärbt hatte, hingen leicht und schwungvoll von den Ästen herab, die sie aus eben jenem Wald geholt und an der Decke befestigt hatte. Die Farben waren Masayo zufolge elegant, während Takeo, der sich die Ausstellung angeschaut hatte, sie kopfschüttelnd als »Kackfarben« bezeichnete. Herr Nakano hatte sich laut eigener Aussage auf Schritt und Tritt verheddert, da der Ausstellungsraum mit den vielen Ästen und Stoffbahnen einem Labyrinth glich. Die Puppen hingen nicht von der Decke herab, sondern standen auf mehreren Tischen und waren mit Schildchen versehen, auf denen »Libelle der Nacht« oder »Im Garten« zu lesen war. Takeo absolvierte geistesabwesend eine Runde, doch Herr Nakano musterte jede Puppe sorgfältig, zupfte daran und drehte sie hierhin und dorthin. Die Mittagssonne fiel durch die Fenster und Masayos Wangen röteten sich in dem überhitzten Raum. Herr Nakano erwarb die teuerste Puppe und ich nahm eine der kleinen Stoffkatzen aus einem Korb am Empfang. Wir drei verabschiedeten uns von Masayos, die oben auf der Treppe stehen blieb und traten hinaus auf die Straße. »Ich muss noch auf die Bank«, sagte Herr Nakano unvermittelt und schwupp war er verschwunden. »Wie üblich.« Takeo vergrub die Hände in den Taschen seiner ausgebeulten Hose und schlenderte weiter. Er hatte an diesem Tag noch einen Ankauf in Hachiochi bei den Omis, wie Herr Nakano sie nannte. Die beiden betagten Schwestern riefen ihn fast jeden Tag an und beklagten sich, dass nach dem Tod ihres älteren Bruders nie zuvor gesehenen Verwandten bei ihnen ein- und ausgingen und Kunstwerke und alte Bücher, die der alte Mann gesammelt hatte, fortschleppten. Herr Nakano ahnte immer sehr höflich. »Ja, ja, gewiss, ich verstehe.« Kein einziges Mal versuchte er, das Gespräch von sich aus zu beenden. »So ist es eben in unserer Branche«, sagte er augenswinkern, wenn er den Hörer auflegte, nachdem er sich ihre Klagen eine halbe Stunde lang angehört hatte. Bei allem Mitgefühl für die alten Schwestern drückte er sich jedoch vor einem Besuch bei ihnen zu Hause. »Soll ich allein fahren?«, fragte Takeo. Herr Nakano strich sich durch die Haare. »Und überhaupt, du schlägst einen Preis in der unteren Mitte vor. Nicht zu hoch, sonst bekommen die Omis einen Schreck, aber allzu wenig wollen wir ihnen auch nicht geben«, antwortete Herr Nakano. Wir gingen zum Laden zurück und während ich den Rollladen hochzog und unsere Verkaufsschlager auf der Bank arrangierte, wie Herr Nakano es immer tat, holte Takeo den Zwei-Tonner aus der Garage im Hinterhof. »Tschüss«, rief ich und er winkte mir bei laufendem Motor mit der rechten zu. Der kleine Finger der Hand, mit der er mir zuwinkte, war um ein Glied verkürzt. Beim Einstellungsgespräch hatte Herr Nakano ihn angeblich gefragt, ob er einer von denen sei. »Und wenn ich tatsächlich ein Yakuza wäre?« »Sehr hätte ganz schön gefährlich für sie werden können«, sagte Takeo zu Herrn Nakano, als er schon einige Zeit im Laden arbeitete. Herr Nakano lachte. »In unserer Branche wird man zum Menschenkenner.« Takeos kleiner Finger war von einem Eisentor abgequencht worden. Ein Junge aus seiner Klasse hatte ihm den Finger gewaltsam zwischen die Flügel geklemmt. Während der gesamten drei Jahre der Oberstufe hatte dieser Typ Takeo gemobbt. »Du kotzt mich an«, hat er immer wieder drohend zu ihm gesagt. Schließlich ging Takeo ein halbes Jahr vor dem Abitur von der Schule ab. Seit dem Vorfall mit dem Eisentor hatte er das Gefühl, ernsthaft in Gefahr zu sein. Sein Klassenlehrer und seine Eltern verhielten sich, als fänden sie das alles ganz normal und taten die Sache als selbstverschuldet ab. Takeo habe sich eben nicht in den Schulalltag einfügen können. Takeo aber fand, dass er noch Glück gehabt hatte, die Schule verlassen zu können. Der Schüler, von dem er sein Leben bedroht fühlte, studierte später an einer privaten Universität und hatte im Jahr zuvor eine ziemlich gute Stellung bekommen. »Mach dich das nicht wütend?«, fragte ich Takeo. Er verzog einen Mundwinkel zu einem halben Lächeln. »Wütend kann ich nicht sagen. Es ist etwas anderes.« »Was denn anderes?«, hakte ich nach. Takeo lachte. »Du würdest es nicht verstehen, Hitomi. Du liest gern Bücher und denkst gern nach. Ich bin einfach im Kopf.« »Aber ich bin auch ein einfacher Mensch.« Er lachte wieder. »Ja, vielleicht bist du auch ziemlich einfach.« Die Narbe an seinem kleinen Finger war glatt. Der Arzt im Krankenhaus habe ihm schon gesagt, die Wunde würde sauber verheilen, da er keine Neigung zu Keloiden habe. Nachdem Takeo abgefahren war, saß ich an der Kasse und las in einem Taschenbuch. Innerhalb einer Stunde kamen drei Kunden. Der eine kaufte eine alte Brille. Eigentlich nutzlos, wenn eine Brille nicht die Stärke hat, die der Käufer braucht. Dennoch waren alte Brillen der heimliche Renner in Herrn Nakanos Laden. Herr Nakano pflegte zu sagen, vieles würde gekauft, eben weil es zu nichts nütze sei. Wirklich? »Mögen Sie denn nützliche Dinge, Hitomi?«, er grinste. »Ja, natürlich.« Herr Nakano schnaupte. »Nützliche Teller, nützliche Regale, nützliche Männer,« trällerte er plötzlich in einem seltsamen Singsang, sodass ich mich sehr wunderte. Nach dem Kunden, der die Brille gekauft hatte, kam eine Weile niemand mehr. Herr Nakano war noch immer auf der Bank. »Dahinter steckt doch sicher eine Frau. Seine angeblichen Bankbesuche macht er bei ihr, oder?« weihte mich Takeo eines Tages in seinen Verdacht ein. Herr Nakano hatte vor ein paar Jahren zum dritten Mal geheiratet. Mit seiner ersten Frau hatte er einen Sohn, der studierte, mit der zweiten eine Tochter, die zur Grundschule ging, und mit der dritten einen sechs Monate alten Sohn. »Und darüber hinaus noch eine Geliebte?« »Haben Sie einen Freund, Hitomi?« fragte er mich irgendwann, machte aber keinen sonderlich interessierten Eindruck. Er hätte sich auch nach dem Wetter erkundigen können. Er stand neben der Kasse und trank Kaffee. Das Wort Freund sprach er ganz beiläufig aus, so wie es heute üblich ist. »Ich hatte mal einen, ganz kurz, aber jetzt bin ich Solo.« Herr Nakano nickte, fragte aber nicht weiter, wer oder wie mein Freund gewesen sei, oder warum ich mich von ihm getrennt hätte. Als ich mich erkundigte, wie er seine jetzige Frau kennengelernt habe, sagte er nur, »Das ist geheim.« »Umso interessanter ist es,« sagte ich, und er sah mir ins Gesicht. »Was gucken Sie so?« »Sie müssen nicht aus Höflichkeit fragen.« sagte er ruhig. »Ehrlich gesagt interessierte es mich wirklich nicht besonders, wie Sie sich kennengelernt hatten. Man dürfe den Chef nicht unterschätzen,« flüsterte Takeo mir später zu. »Seine Menschenkenntnis könne ihre Wirkung auf Frauen doch sicher nicht verfehlen.« Jedenfalls ließen sich weder Herr Nakano noch irgendeine Kundschaft blicken. Und Takeo war noch immer in Hachiochi unterwegs. In Ermangelung eines Besseren las ich in meinem Taschenbuch. Neuerdings gab es einen Kunden, der den Laden nur betrat, wenn ich allein war. Er war etwa in Herrn Nakanos Alter, vielleicht ein wenig älter. Zuerst glaubte ich an einen Zufall, aber offenbar irrte ich mich. Wenn er sah, dass Herr Nakano im Laden war, machte er schleunigst Kehrt. Kaum war Herr Nakano fort, schlich er wieder herein. »Kommt der oft?« fragte Herr Nakano mich irgendwann. Ich nickte. Am nächsten Tag kramte Herr Nakano ab Mittag im Lager im Hinterhof herum. Als der Mann am späten Nachmittag auftauchte und zwischen dem Eingang und meiner Kasse herumlungerte, ließ Herr Nakano ihn nicht aus den Augen. Kaum näherte er sich der Kasse, huschte Herr Nakano in den Laden und sprach ihn freundlich an. Es war das erste Mal, dass ich die Stimme des Mannes hörte. Innerhalb von einer Viertelstunde hatte Herr Nakano herausbekommen, dass er Tadokoro hieß, im Nachbarort wohnte und Schwerter und dergleichen sammelte. »Wissen Sie, mit Antiquitäten dieser Art handeln wir gar nicht,« erklärte Herr Nakano überflüssigerweise, denn draußen stand ja groß und breit Trödel. »Ich weiß,« sagte Tadokoro, »aber Sie haben ja doch ganz interessante Objekte hier.« Er deutete in eine Ecke, wo sich Werbegeschenke der Firma Glico aus den 30er Jahren und alte Frauenzeitschriften stapelten. Tadokoro war ein gutaussehender Mann. An dem dunklen Schatten um seinen Kinn erkannte man seinen starken Bartwuchs und wäre er etwas schlanker gewesen, hätte er Ähnlichkeit mit diesem Dings da gehabt, diesem französischen Schauspieler. Seine Stimme war für meinen Geschmack zu hoch, aber er sprach ruhig und gelassen. Schließlich verließ Tadokoro den Laden. »Der kommt so schnell nicht wieder,« sagte Herr Nakano. »Aber Sie haben sich doch nett mit ihm unterhalten,« murmelte ich, doch der Chef schüttelte den Kopf. »Finden Sie nicht?«, fragte ich weiter, aber er gab mir keine Antwort. »Er müsse zur Bank,« sagte er und ging. Wie Herr Nakano prophezeit hatte, ließ sich Tadokoro etwa zwei Monate lang nicht blicken. Danach kam er wieder häufiger, aber auch nur, wenn Herr Nakano nicht da war. Sobald unsere Blicke sich trafen, grüßte er, und wenn er das Geschäft verließ, verabschiedete er sich. Mehr redeten wir nicht, aber ich spürte, wie die Luft sich verdichtete, wenn er sich im Laden aufhielt. Wir hatten ein paar Stammkunden, die auch nicht mehr als guten Tag und auf Wiedersehen sagten, aber sie hatten eine ganz andere Ausstrahlung. Zweimal traf er mit Takeo zusammen. Als ich ihn nach seiner Meinung über Tadokoro fragte, dachte er kurz nach und sagte dann, »Er riecht nicht übel.« »Was soll denn das heißen?«, fragte ich, aber Takeo schwieg und schaute zu Boden. Während er draußen vor dem Laden Wasser verspritzte, überlegte ich, was er wohl gemeint haben könnte. Ich hatte eine Vorstellung, aber Takeo verbannt sicher etwas ganz anderes mit seiner Äußerung. Als er mit dem leeren Eimer durch den Laden nach hinten ging, murmelte er, »Richtig stinken tun zum Beispiel Typen, die nur sich kennen.« »Was sollte das nun wieder heißen?« Als ich wieder einmal nichts zu tun hatte und las, betrat Tadokoro den Laden. Sofort fühlte sich die Luft dichter an. Nachdem das junge Paar, das eine Kristallvase gekauft hatte, gegangen war, kam Tadokoro an die Kasse geschlendert. »Sind Sie heute allein?«, fragte er. »Ja,«, antwortete ich vorsichtig. Tadokoro hatte eine noch intensivere Ausstrahlung als sonst. Eine Weile sprach er übers Wetter und irgendwelche Tagesereignisse. Es war das erste Mal, dass wir uns so lange unterhielten. »Ich habe hier etwas, das ich verkaufen möchte,«, sagte er plötzlich mitten im Gespräch. Inzwischen durfte auch ich Kleinigkeiten auch ankaufen, wenn jemand sie direkt im Laden anbot. Bei Geschirr, Elektrogeräten oder Werbegeschenken von Glico hingegen machte Herr Nakano die Preise lieber selbst. »Das hier!«, Tadokoro zog einen großen braunen Umschlag hervor. »Was ist das?« Er stellte den Umschlag neben die Kasse. »Sehen Sie sich das hier erst einmal an,«, sagte er. »Was sollte ich machen, wenn er mich schon dazu aufforderte?« »Ähm, ähm, leider ist der Chef nicht da,«, sagte ich ausweichend. Aber Tadokoro beugte sich über die Kasse und sah mich an. »Sie haben ja gar nicht geguckt. Bitte schauen Sie sich einmal die Sache an,«, beharrte er. Mir blieb nichts anderes übrig, als den Umschlag aufzureißen. Ein Stück Pappe steckte darin, aber da es etwa die Größe des Umschlags hatte, konnte man es nur schwer herausziehen. Dass Tadokoro mich außerdem anstarrte, trug nicht zu meiner Entspannung bei und ich stellte mich besonders ungeschickt an. Endlich schaffte ich es, dem Umschlag das abzuringen, was auf den ersten Blick zwei mit Tesafilm zusammengehaltene Pappdeckel waren. Dazwischen lag etwas. »Machen Sie auf!«, forderte Tadokoro mich gelassen auf. »Aber es ist doch zugeklebt.« »Macht nichts!« Wie aus dem Nichts sauberte er ein kleines Klappmesser vor und durchtrennte geschickt das Klebeband. Die Bewegung wirkte so fließend und elegant, als wäre das Messer ein Teil seiner Hand. Mir wurde ein wenig flau im Magen. »Los, los, schauen Sie nur, Sie können vielleicht etwas lernen,«, sagte er noch. Ich erwartete, dass er die Pappe aufklappen würde, aber er rührte keinen Finger. Als ich sie behutsam aufschlug, kamen Schwarz-Weiß-Fotos zum Vorschein. Fotos von einem Mann und einer Frau. Von einem Mann und einer Frau, die sich nackt umschlangen. »Was ist das denn?«, war Herrn Nakanos erste Reaktion, als ich sie ihm später zeigte. »Die sehen aus wie welche von früher,« tat Takeo seinen Eindruck kund. Ich stand also da, wie vom Tonner gerührt, und hielt die Pappe fest. »Ich komme wieder, machen Sie mir bis dahin bitte einen Preis,«, sagte Tadokoro und verließ rasch den Laden. Beim Anblick der Fotos hatte ich einen erstaunten Ausruf nicht unterdrücken können. Meine Stimme schien in Tadokoros Richtung gesogen worden zu sein, und ich hatte die Illusion, dass seine eigentlich eher kleine Gestalt anschwoll. Als er fort war, sah ich mir die Fotos noch einmal an und befand, dass die Stellungen ziemlich harmlos waren. Der Mann und die Frau, die als Modelle für die Fotos gedient hatten, wirkten ganz natürlich in ihrer Umgebung. Es waren zehn Bilder. Ich nahm jedes Einzelne in die Hand und betrachtete es genau. Eins gefiel mir besonders. Es zeigte das Paar im Tageslicht beim Geschlechtsakt. Beide waren zwar bekleidet, aber ihre Gesäße waren entblößt. Im Hintergrund war eine Gasse mit lauter Kneipen. Alle Rollläden waren heruntergelassen und große Abfalleimer standen davor. Die verlassene Gasse, die prallen Hintern und dicken Oberschenkeln des Paares zogen den Blick des Bestrachters auf sich. Als ich mit dem Finger auf das Bild deutete, machte Herr Nakano große Augen. Sie lieben wohl das künstlerische Hitomi, ergriff nach einem Foto von einem nackten Paar vor einer Spiegelkommode. Mir gefällt so etwas Klassisches, erklärte er. Das Haar der Frau, die mit festgeschlossenem Augen auf dem Schoß des Mannes sah, war perfekt frisiert. Auch Takeo nahm alle zehn Aufnahmen sorgfältig in Augenschein, befand das weder der Mann noch die Frau besonders gut aussäen und legte alle zusammen wieder auf den Tisch. »Was machen wir damit?« fragte ich Herrn Nakano. »Ich gebe sie, Tadokoro, zurück«, antwortete er. »Können wir sie nicht verkaufen?« »Ach, das ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes.« Damit war die Diskussion beendet. Herr Nakano legte die Fotografien wieder zwischen die Pappdecke, verstaute sie in den braunen Umschlag und legte ihn auf ein Regal hinten im Laden. Die Präsenz des braunen Umschlags beschäftigte mich noch eine ganze Weile, hielt mich davon ab, mich dem Regal zu nähern. So oft ein Kunde den Laden betrat, fürchtete ich, es könnte Tadokoro sein. Herr Nakano hatte zwar gesagt, er würde ihm die Fotos persönlich zurückgeben, aber der Umschlag lag noch immer im Regal. Es wusste ja auch niemand Tadokoros Adresse. So verging die Zeit und das neue Jahr brach an. An einem Tag, als es geschneit hatte, kam Masayo in den Laden. »Ihr habt den Schnee ja ganz ordentlich weggeräumt,« sagte sie vergnügt. Masayos Stimme klang eigentlich immer heiter. Anfangs fuhr Takeo jedes Mal zusammen, wenn sie etwas sagte. In letzter Zeit schien er sich daran gewöhnt zu haben, aber ich merkte, dass er es vermied, ihr zu nahe zu kommen. »Hey, Taki, du hast Schnee geschippt, nicht?« Takeo zuckte zusammen. »Taki.« Am Vortag hatte der Schnee über 20 Zentimeter hochgelegen, aber Takeo hatte früh begonnen, ihn vor dem Laden zu beseitigen, sodass Herr Nakano wie üblich seine Bank auf den feuchten, schwarzglänzenden Asphalt stellte und die Gegenstände darauf arrangieren konnte. »Ich mag Schnee. Er macht mich fröhlich,« sagte Masayo. Sie war ein Mensch, der keine Hemmungen hatte, etwas von sich preiszugeben. Takeo und ich sagten nichts. Nach und nach trafen auch die ersten Kunden ein. Trotz des Schnees war es an diesem Tag viele. Drei kauften einen Ofen, zwei ein Kotatsu, einen kleinen Tisch, unter dem eine Heizquelle montiert ist, und sogar zwei Matratzen gingen weg, sodass wir alle, einschließlich Masayo, mit dem Bedienen beschäftigt waren. Als sich der Ansturm am Abend endlich legte, war der größte Teil des Schnees in der Sonne getaut. Man hätte nicht mehr sagen können, wo Takeo geräumt hatte und wo nicht. »Wir bestellen uns Buchweizennudeln,« schlug Herr Nakano vor. Wir schlossen ab und gingen ins hintere Tatami-Zimmer. Bis vor kurzem hatte dort ein Kotatsu gestanden, aber da er heute einen Abnehmer gefunden hatte, lag nur noch die Decke auf dem Tatami. Kurzerhand holte Herr Nakano einen etwas größeren Tisch und stellte ihn auf die Decke. »Die ist aber schön warm,« sagte Takeo, als er sich darauf niederließ. »Wenn man miteinander isst, wird einem warm,« erklärte Masayo etwas zusammenhanglos. Während Herr Nakano bei einem Nudelimbiss anrief, steckte er sich eine Zigarette an. Er wollte die Asche in einem angeschlagenen Aschenbecher im Regal fallen lassen. »Oje!« rief er plötzlich, griff nach dem braunen Umschlag von Tadokoro und schwenkte ihn hin und her. Anscheinend war er mit der Glut seiner Zigarette drangekommen. Ein dünner Rauchfaden stieg auf, zerging jedoch durch die Bewegung. Eine Ecke des Umschlags war verkohlt. Ich zog die Pappe heraus, aber sie war unversehrt. »Was ist denn das? Holzschnitte?« Wortlos reichte ihr Herr Nakano den Umschlag. Sie öffnete die Mappe und sah sich die Bilder aufmerksam an. »Zu verkaufen?« fragte sie. Herr Nakano schüttelte den Kopf. »Ziemlich schlecht,« sie nickte erfreut. »Da sind meine Sachen aber besser.« Takeo und ich wechselten einen Blick. Erstaunlich, dass sie ihre Kunstwerke so objektiv einschätzen konnte. Künstler sprengen eben alle Vorstellungen. Was Masayo noch sagte, war ebenso ziemlich unvorstellbar. »Kann es sein, dass diese Fotos von Tadokoro stammen?« »Was? Woher?« schrie Herr Nakano. »Tadokoro war mein Klassenlehrer in der Mittelschule,« sagte sie ruhig. Im selben Augenblick klopfte es am Rollladen. »Takeo und ich fuhren vor Schreck beinahe in die Höhe.« »Das sind unsere Nudeln,« sagte Herr Nakano ungerührt und ging mit der Zigarette im Mund in den Laden. Takeo folgte ihm, während Masayo und ich im Hinterzimmer blieben. Sie fischte sich eine Zigarette aus Herrn Nakanos Schachtel. Als sie sie, den Ellenbogen auf den Tisch gestützt, anzündete, sah sie Herrn Nakano sehr ähnlich. »Tadokoro hatte immer etwas jünger ausgesehen, aber inzwischen müsste er fast 70 sein,« erklärte Masayo, während sie ihre Soba, ihre Buchweizennudeln, schlürfte. Tadokoro war in der 9. Klasse ihr Klassenlehrer gewesen. Er war ja auch jetzt noch recht attraktiv, aber damals habe er Masayo zufolge noch besser ausgesehen. »Wie ein Schauspieler!« Als Lehrer war er nicht unbedingt ein Ass, aber ein bestimmter Typ von Schülerinnen flog auf ihn. Sie wurden von ihm angesogen wie Bienen vom Nektar. Besonders eins der Mädchen schwärmte für ihn, Masayos Klassenkameradin Sumiko Kazuya. Gerüchten zufolge suchten die beiden sogar Kurhotels auf. »Was für Kurhotels?« fragte Takeo. »Love-Hotels sind das,« erwiderte Herr Nakano mit todernster Nimine. Da die Gerüchte immer weitere Kreise zogen, wurde Sumiko Kazuya der Schule verwiesen. Tadokoro wurde entlassen. Um die beiden zu trennen, schickte man Sumiko zu ihren Großeltern aufs Land, aber irgendwie hielt sie Verbindung zu ihm, und ein paar Jahre später brannten sie zusammen durch. Danach zogen sie anscheinend in ganz Japan umher, kehrten aber, als Gras über die Sache gewachsen war, zurück und übernahmen das Schreibwarengeschäft von Tadokoros Eltern im Nachbarort. »Ziemlich mutig, die beiden!«, lobte Herr Nakano als erster. »Es war Ihnen wohl wirklich ernst,« sagte Takeo. »Aber woher wussten Sie, dass die Fotos von ihm stammen?«, fragte ich Masayo. Sie nahm ein Stückchen von der Tempura-Panade, die sie an den Rand ihrer Schale geschoben hatte, mit ihren Stäbchen auf. »Tja, also«, begann sie. »Sie esse die Panade gern ohne alles,« murmelte sie, »wirklich schmackhaft, so mit der Brühe vollgesogen.« Tadokoro hatte sich mit dem Verkauf solcher Fotos über Wasser gehalten, als er mit Sumiko Kazuya durchs Japan gezogen war. Auch nachdem er mit ihr durchgebrannt war, habe es ihm nie an Frauen gemangelt. Von ihnen machte er erotische Fotografien, um sie anschließend unter der Hand zu verkaufen. Doch da er sozusagen ein Amateur in der Branche war, geriet er immer wieder dem einheimischen Milieu in die Quere und wurde bedroht. Als die Sache allmählich wirklich gefährlich wurde, gab er auf, aber offenbar entsprach dieser Art der Fotografie so sehr seinen Neigungen, dass er sie mit Sumiko als Modell weiterhin zum Selbstkostenpreis an Bekannte verkaufte. »Die Frau auf diesen Bildern ist Sumiko,« Masayo deutete mit dem Kinn auf den Umschlag im Regal. »Ich habe eins von den Fotos zu Hause.« »Welches denn?«, fragte Herr Nakano. »Das mit dem Hintern.« Eine Weile aßen wir schweigend. Takeo war als erster fertig und stellte sein Geschirr in die Spüle. Dann erhob sich auch Nakano. Ich pickte mir, wie Masayo es empfohlen hatte, noch ein paar Stückchen von der mit Brühe getränkten Tempura-Panade heraus. »Das mit den Hintern ist doch sehr gut,« sagte ich. Sie lachte. »Es war auch nicht gerade billig. Sumiko brauchte damals Geld und ich habe ihr 10.000 Yen dafür gegeben.« Er würde die Dinger nicht mal kaufen, wenn er alle 10 für 1.000 Yen bekäme, sagte Herr Nakano unbeeindruckt, als er von der Spüle zurückkam, in die er seine Schale gestellt hatte. Takeo nickte mit ernsthafter Miene. Da Herr Nakano und Takeo in die Garage gingen, um nach dem Lastwagen zu sehen, spülten Masayo und ich die Sova-Schalen. »Was ist eigentlich aus Sumiko geworden?«, fragte ich. »Sie ist gestorben,« sagte Masayo. Tadokoro war ein fürchterlicher Schürzenjäger. Außerdem kam ihr einziger Sohn mit 18 bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Kein Wunder, dass sie Depressionen hatte. Im Grunde ist Tadokoro kein schlechter Mensch. Aber man darf solchen Männern nicht auf den Leim gehen, Hitomi. Masayo schrubbte die Schale kräftig mit einem Schwamm. »Ja«, antwortete ich und dachte an die dichte Atmosphäre. Die ihn umgab. Ein Schauder lief mir über den Rücken, aber nicht unbedingt vor Furcht. Es war eher wie das Frösteln, das eine Erkältung ankündigt. Als Takeo und ich den Laden verließen und ich ihm sagte, »Sumiko Kazuya ist schon tot,« rieb er sich die Hände und murmelte, »Ach, wirklich?« Eine Weile ließ Tadokoro sich nicht mehr blicken. Aber nachdem es zwei Tage geschneit hatte, schneite auch er herein und sagte, »Ich verkaufe die Fotos jetzt doch nicht.« Er hielt ihm die zehn Fotos in der Pappe entgegen. »Wo ist der Umschlag?«, fragte er, während er sie betrachtete. In dem Moment kam Takeo von einem Ankauf zurück in den Laden. »Ich hole Ihnen einen neuen,« sagte er. Tadokoro wandte sich zu ihm. »Nehmen Sie bitte DIN A4,« bat er ruhig. Eilig machte sich Takeo auf den Weg. »Und, haben Sie was gelernt aus den Fotos?«, fragte Tadokoro, sobald er außer Sichtweite war und beugte sich zu mir. »Ich habe gehört, dass Sie Lehrer waren, Herr Tadokoro.« Ich hatte mit einer überraschten Reaktion gerechnet, er wirkte jedoch völlig ungerührt und kam sogar noch näher. »Ja, auch solche Zeiten gab es,« sagte er und drängte sich so nah an mich heran, dass ich seinen Atem spürte. Ein Fleckchen im Schatten liegen gebliebener Schnee glitzerte. »Hier, bitte, DIN A4,« sagte Takeo, der gerade zurückkam. Tadokoro rückte von mir ab, zog wieder unbeeindruckt und in aller Ruhe den Umschlag aus der Verpackung und schob die Pappe mit dem Fotos behutsam hinein. »Bis dann,« sagte er und verließ den Laden. Gleich darauf kam Herr Nakano herein. »Und überhaupt, wir haben heute zu viel geboten, Takeo.« Takeo und ich blickten unbestimmt in die Gegend von Herrn Nakanos Bad. »War was?«, fragte er mit verständnisloser Miene. Takeo und ich schwiegen. »DIN A4, sein Umschlag, meine ich,« murmelte Takeo schließlich. »Was ist damit?«, fragte Herr Nakano wieder, aber Takeo antwortete nicht. Auch ich blickte nur stumm auf Herrn Nakanos Bad. Und weil das jetzt im Prinzip das Ende des Kapitels ist, würde ich an der Stelle, auch wenn wir nicht ganz die Dreiviertelstunde gefüllt haben, den Lesepart für heute beenden. Vielen Dank, cheers Praxa. Vielen Dank an Lottes Reh. Ja, ich mag das Format bisher auch ganz gern. Mal schauen, wie oft ich es machen werde. Aber es ist halt mal ein bisschen was anderes. Und sehr, sehr nett, tiefenentspannt, finde ich. Ich weiß gar nicht genau, was ich jetzt irgendwie vielen noch sagen werde. Ich glaube, das nächste Mal wird es auch nochmal Hiromi und Kawakami geben und einfach ein bisschen weiter Herrn Nakano und die Frauen, weil es, glaube ich, ganz gut in dieses Mittagsformat reinpasst. Ansonsten könnt ihr jetzt an der Stelle natürlich auch gern irgendwas an Wünschen äußern, sowohl literarischer Natur, was auch mal irgendwie in dem Format drankommen sollte, beziehungsweise auch wie oft das gut wäre. Das stimmt. Kurzgeschichten würden sich mit Sicherheit anbieten. Es ist halt, glaube ich, entweder Kurzgeschichten oder halt so ein bisschen episodisch erzählte Sachen wie Herrn Nakano und die Frauen, weil letztendlich sind es schon dieselben Figuren, die immer wieder vorkommen. Aber man kann auch jedes Kapitel einzeln lesen und es passt auch. Das stimmt auf jeden Fall. Kurzgeschichten, ja, voll gern. Aber ich glaube, an der Stelle muss ich dann einfach nochmal mein Regal durchforsten und irgendwie schauen, was für coole Kurzgeschichten insgesamt so rumkugeln. Aber da findet sich was. Das wird sehr, sehr nett. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber ich glaube, da waren noch wenig Leute tatsächlich am Start. Diese Streams, die in diesem Format literarische Mittagspause irgendwie passieren werden, werde ich auf jeden Fall auch rüber auf YouTube geben. Ich muss mal schauen, ob ich noch irgendwie ein bisschen was vom Anfang wegschneide oder allgemein die Moderation wegschneide, sodass man die auch langfristig irgendwie finden kann, weil das ist ja so oder so, auch wenn es halt weit, weit weg ist von einem professionell eingesprochenen Hörbuch. Einfach zu viele Verleser drin und so. Aber ich glaube trotzdem, dass es eigentlich ganz, ganz nett ist und relativ angenehm zum Zuhören. Es ist halt so ein bisschen wie früher als Kind, als man, als die Eltern einem was vorgelesen haben. Aber ich glaube, dass ich dann damit auch dann gleich diesen Stream für jetzt auch schon wieder beende. Wie gesagt, es ist eher ein kurzes Format. Wie gesagt, die Frage ist noch ein bisschen, wie oft ich es machen werde. Ja, wir können irgendwie noch einen ruhigen Bribe machen, das stimmt. Ich hole gleich die Gitarre. Wie gesagt, wie oft ich es mache, weiß ich noch nicht genau. Kommt ein bisschen auf die restlichen Lebensumstände an, dass es irgendwie mal täglich passiert, mit Sicherheit nicht. Aber ich glaube, eigentlich fände ich es so zweimal die Woche ganz, ganz nett. Ich muss halt bloß noch schauen, irgendwie an welchen Tagen es sich sinnvoll anbietet. Oder vielleicht wird es auch von Woche zu Woche einfach unterschiedlich. Aber an und für sich möchte ich mit dem Format gerne weitermachen. Uh, Puhbär wäre tatsächlich auch schön. Da habe ich ein bisschen das Problem, dass ich das Buch nicht dastehen habe. Also von daher, das müsste ich mir besorgen. Aber Puhbär wäre natürlich auch von der Länge, glaube ich, ganz gut. Dass man da je ein, zwei Kapitel zusammen nimmt. La 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 Now that I've lost everything to you You said you want to start something new And it's breaking my heart you're leaving Baby, I'm grieving But if you want to leave, take good care I hope you have a lot of nice things to wear But just remember there's a lot of bad and beware Ooh, baby, baby, it's a wild world It's hard to get by just upon a smile Ooh, baby, baby, it's a wild world And I always remember you like a child, girl You know I've seen a lot of what the world can do And it's breaking my heart in two Cause I never want to see you said, girl Don't be a bad girl But if you want to leave, take good care Hope you'll make a lot of nice friends out there But just remember there's a lot of bad and beware Ooh, baby, baby, it's a wild world It's hard to get by just upon a smile Ooh, baby, baby, it's a wild world And I always remember you like a child, girl Baby, I love you But if you want to leave, take good care Hope you'll make a lot of nice friends out there But just remember there's a lot of bad and beware Ooh, baby, baby, it's a wild world It's hard to get by just upon a smile Ooh, baby, baby, it's a wild world And I always remember you like a child, girl So, damit wünsche ich euch einen schönen Start in den Nachmittag Bye-bye 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 Bye-bye